So, da wären wir wieder. Und wie ihr sehen könnt, habe ich es dann doch off-camera gemacht. Also ich habe das zuerst aufgenommen, aber da hat das so lange gedauert, dass ich dachte, das kann ich jetzt nicht jedes Mal machen, wenn eine Migrantenwelle kommt. Und es kommt mindestens noch eine. Also habe ich jetzt alle Namen umbenannt und ich habe es auch einmal umgedreht. Also der Name des Zwerges steht jetzt hinten und deren Berufsgruppe steht vorne. Dadurch kann ich das Ganze in dem Dwarf Therapist, also diesem Programm, das ich ja schon mal vorgestellt hatte, in den FAQs, da kann ich das ein bisschen besser drin sortieren dann. Das heißt, die Aufgabenverteilung geht dann später ein bisschen schneller. Und ich habe jetzt alle Namen von meiner Liste abgearbeitet, bis auf zwei. Die wollten nämlich spezielle Axtkämpfer werden. Aber sonst müssten jetzt eigentlich alle ihren Zwerg haben. Wenn dem nicht so ist, dann bitte sofort losschreien und in den Kommentaren schreiben. Das heißt, wir haben jetzt alle Aufgaben verteilt. Fast alle sind Hauler geworden. Ich habe noch einen Cutter hinzugefügt. Das wäre hier Pankolos. Sonst haben wir jetzt den Klosier als Neuen. Wir haben den Lederarbeiter. Wir haben noch keinen Edelsteinschleifer. Aber das ist auch nicht wirklich dringend. Ich habe mir überlegt, wir können die beiden Cutter, also Pankolos und Webster, die könnten wir auch noch in unser Militär aufnehmen. Denn es bietet sich an, das bei den Cuttern zu machen. Die müssen ja eh alle Nase lang raus und laufen durchgehend mit einer Axt rum, sogar wenn die schlafen gehen. Da bietet es sich schon an, wenn die auch eine Militärausbildung haben. Das heißt, wir drücken jetzt mal Escape, drücken M für Militär und gehen ja mit den Pfeiltasten hier rüber, scrollen auf dein leeres Feld und fügen da jetzt unsere Cutter hinzu, wenn ich sie irgendwo mal finde. Das wird ja langsam ein wenig unübersichtlich hier, weil zu viele Zwerge sind. Da ist Nummer zwei. So, die haben jetzt alle als Standardausrüstung die Ledersachen, also irgendwelche Ledersachen und irgendeine Nahkampfwaffe. So, Escape. Okay, jetzt kann ich aber mal spaßeshalber die vier Leute, die jetzt in dem Trupp sind, mal aktivieren und losschicken, irgendwas umzubringen. Haben wir denn irgendwas, was man töten könnte? Ich drücke mal U. Guck, was hier noch so rumschwirrt. Dieses, oh, ein Cougar. Ich will jetzt aber nicht, dass die Zwerge dran sterben. Ich zoome mal ganz kurz hin mit C. Wir haben hier oben, na, wo ist das? Oben mittig haben wir einen einzelnen Cougar. Der wird wahrscheinlich weglaufen, aber er kann mal als Testobjekt dienen. Das heißt, wir drücken jetzt auf, nicht auf Military, sondern auf S für Squats. Dann sehen wir hier unsere geschmeidigen Färbemittel. Dann müssen wir, war das P? Nee, erst mal müssen wir Shift A drücken, damit der ganze Squad aktiviert wird oder ausgewählt wird. Dann drücken wir T. Dadurch wird das Schedule von denen umgeschaltet. Also es geht einmal den Schedule inaktiv. Dann arbeiten sie als Zivilisten. Und wenn wir jetzt T drücken und ich den ganzen Tag auf Aktiv Training schalten, dann werden sie halt aktiviert. Dann laufen sie los, versuchen Rüstung zu bekommen und ihre Waffe in die Hand zu nehmen. Und dann dauert es nicht lange und sie können dann auch Aufträge annehmen. Und zwar gebe ich ihnen jetzt als allererstes mal den Auftrag, sammelt euch vor dem Tor. Also gehe ich mit dem Cursor hier hinten hin und drücke den M für Move. Da hin. Das heißt, the smooth dies haben jetzt den Auftrag, da hin zu laufen. Lass ich das Spiel mal weiterlaufen. Und wir sehen hier unten auch die Nachricht. Cutter has become a Marksdorf, Sarge has become a Militia Commander und so weiter. Das sind halt all deren Titel, die sie jetzt annehmen, weil sie jetzt im Dienst sind. Und einer von denen ist hier auch schon. Gucken wir mal, wer am schnellsten war. Asarul Yajua. Genau. Klar, dass der mit dem schwierigsten Namen als erstes da ist. So, und da sehe ich schon den nächsten Zwerg ankommen. Die haben nämlich eine andere Grafik. Das heißt, man sieht den eigentlich schon an, dass es Kämpfer sind. Wenn man nahe genau ranzoomen würde. So, es sind jetzt schon drei Zwerge da. Vier Zwerge da. Und eine Katze. Was soll man die Katze da gemacht hat? So, jetzt drücken wir wieder S für unseren Squad. Wieder Shift A, um alle auszuwählen. Und jetzt geben wir ihnen mal ein Killbefehl. Das heißt, wir gehen jetzt hier hoch und suchen unseren Kugel. Der war mittig irgendwo. Gucken wir mal, ob ich ihn jetzt so finde oder ob ich ihn wieder raussuchen muss. Ist das der Kugel? Ne, ich glaube, es ist die Echse. Egal. Wir drücken jetzt K für Attack. Und können dann entweder mit dem Cursor raufgehen und Enter drücken. Oder wir hätten auch ein Feld rüberziehen können, wenn wir mehrere Gegner auf einem Feld haben. Das kann ich euch später zeigen, wenn wir Goblins angreifen. Dann markieren wir halt ein ganzes Feld und die sollen dann alle töten, die in diesem Feld sind. Jetzt sehen wir aber, unsere geschmeidigen Färbemittel haben den Auftrag. Töte den Penaglen. Und das sollen sie jetzt einfach mal machen. Ich scrolle mal runter, um die Zwerge zu sehen, dass sie angelaufen kommen. Bisher sehe ich aber keine. Da kommen sie, der Vierertrupp. Da war dem Wasser. Laufen jetzt hoch. Da ist unser Penaglen und der läuft schon weg. Die Zwerge sind jetzt alle erstmal in den Berg hoch, weil da der Befehl war, ihn umzubringen. Und jetzt laufen sie dem Penaglen hinterher. Ah, da ist jetzt ein Zwerg dran. Wer ist es? Es ist Pankolos. Guck mal, unter W. Er hat noch keine Wunden davon getragen. Und lasst das Spiel mal weiterlaufen. Und man sieht Blut. Da, das rote Feld. Das ist Blut. Und jetzt, da der Befehl erteilt wurde und ausgeführt wurde, sind sie jetzt alle zu ihrem Privatleben zurückgekehrt. Das heißt, wir bekommen jetzt lauter Nachrichten wie da ist ein Farmer geworden, ist ein Spinner geworden, ist ein Woodcrafter geworden und so weiter. Nur einer hockt hier noch rum, nämlich Hex. Warum auch immer. Er hat keine Wunden davon getragen. Gucken wir mal, was Hex gerade macht. Wo ist Hex? Da ist Hex. Der hat gerade nichts zu tun und steht einfach auf der Leiche. Gucken wir mal, kannst du, was davon noch übrig ist. Da ist eine Pangolin Korps. Und ein Pool von Pangolin Blut. Und ein Blutfleck hier am Baum dran. Hier ist auch noch ein Blutfleck. Wurde ja gut verteilt, der Kerl. Und da ist schon wieder eine Katze. Was machen die Katzen hier? Die sind schon komisch. Aber ja, das müsste es jetzt schon gewesen sein mit unserem Befehl. So kann man einzelne Gegner recht schnell umbringen. Wenn sie dann nicht allzu stark sind. Ähnlich läuft es dann auch später bei den Belagerungen ab. Nur bei den Belagerungen muss man halt wesentlich vorsichtiger sein, weil die Goblins sind doch schon ein wenig schwieriger als so ein Pangolo. Was auch immer das sein soll. Das heißt, da muss man auf jeden Fall darauf achten, dass man vorher alle Zivilisten in den Burrow schickt. Also in den Bunker. Und dass die Kämpferzwerge auch gut strategisch stehen. Also dass sie jetzt nicht mitten auf freiem Feld den Armbruchsschützen entgegenlaufen. Sondern dass sie irgendwo hinter einer Ecke warten. Und dann erst angreifen, wenn die Armbruchsschützen hier zum Beispiel sind. Und allgemein, dass wir die Fallen auch immer schön ausnutzen. Dass die Gegner erstmal in die Fallen laufen. Und das, was überbleibt, das machen wir dann mit den Militärzwergen nieder. So, wir haben 32 Arbeitslose. Das tut ja weh, das anzugucken. Ähm, 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 ähm. Wer hat nichts zu tun? Tentakel hat nichts zu tun. Ne, gar nicht. Seetanktonken. Da gehen wir jetzt mal wieder auf den Craft Dwarfs Workshop. Und drücken S. Damit er wieder schön Steinspielzeuge produziert. Und hier unten müsste eigentlich, genau, der Webstuhl müsste jetzt fertig sein. Und die Ledersachen auch alle. Weil wir haben jetzt ja Zwerge dafür. Das heißt, wir können mal ein bisschen Sachen herstellen. Dazu gucke ich das mal bei Z, bei Stockpiles. Ob wir überhaupt Garn haben, das wir verarbeiten können. Und wie viel Stoff wir haben, um daraus Klamotten zu machen. Also gucken wir. Nix, nix. Da ist Stoff. Wir haben einen Stoffballen. Das bringt uns gar nichts. Und wir haben kein Garn. Ja, super. Das sollten wir auf jeden Fall auch bei der nächsten Karawane eintauschen. Leder hatten wir auch fast keins, außer das Hundeleder. Das heißt, die beiden sind erstmal sinnlos. Wir können aber schon mal das nächste Stockwerk ausbuddeln. Ein, zwei Etagen müssten wir noch haben, bevor wir Gefahr laufen, um in die Kavernen zu stoßen. Und so haben unsere Minenarbeiter wenigstens ein bisschen was zu tun. Und auch alle Hauler, denn die müssen die Steine ja nach oben bringen. Und ich hoffe, hoffe, hoffe einfach mal, dass hier langsam auch wieder graue Steine kommen. Ups, nee, nee, keine Up-and-Down-Stairways. So, DD. Sieht schon besser aus. So, hier auch nochmal. Hier können wir wieder an jeder Seite die Stairways ran. So. Sind wir hier schön in der Mitte? Ja, sind wir. So, das wäre jetzt fast unser erster Turm. Also wesentlich tiefer als hier oder hier will ich nicht gehen. Dann gehen wir hier hoch bis zu unserem Eingang. Da haben wir rechts und links die Schlafsäle fürs Militär. Dann haben wir hier oben unseren Bunker. Hier unsere Essensweiterverarbeitung. Hier unsere Essensanpflanzung. Und da geht es nicht mehr hoch. Das ist Turm Nummer 1. Ich will jetzt ja hier hinter noch einen Turm setzen, wo denn die Schlafräume alle hinkommen. Für die 250 Zwerge, die ich maximal geplant habe, wenn wir richtig weit kommen. Die brauchen halt alle ihre eigenen Räume. Denn hier ist jetzt langsam kein Platz mehr. Wir haben jetzt ja schon 40 Zwerge und wir haben nur 14, 28 Betten. Und die sollen eigentlich auch nur fürs Militär sein. Also ja, wir sollten den anderen Turm mal in Angriff nehmen. Das heißt, wir machen jetzt hier einen Durchgang. Am besten einen, den wir auch schnell verschließen können oder gar nicht erst verschließen müssen. Die nächste Frage ist, wollen wir den Turm hier unten direkt verbinden? Ne, ich denke nicht. Ich denke, wir sollten den lieber hier oben verbinden. Oder hier vielleicht. Dass die Goblins dann erstmal hier durch müssen. Dann eine Etage hoch. Dann noch eine Etage hoch. Und dann erst in den anderen Turm rein können. So haben wir noch ein bisschen mehr Zeit. Aber hier ist ein guter Spot, denke ich mal. Dann können die Zwerge von dem Schlafens-Turm direkt hier in den Schutzbunker gehen. Oder hier einfach nur was essen und trinken. Also machen wir jetzt hier einen Durchgang. Da einen Durchgang. Da können wir dann jeweils eine Tür reinbauen. So, so. Ja, das können wir ruhig ein bisschen breiter machen. Und dann hier wieder nach oben und unten. So. Ne, das können wir gleich noch weiter nach hinten verlegen. So, dann haben wir schön viel Platz für den anderen Turm. So, jetzt machen wir hier I, I. Hier auch nochmal I, I. Und ja, da ist Wasser. Okay, dann geht der Turm halt nur bis hier. Das heißt, hier können Treppen nach unten. Hier können Treppen nach oben und unten. Hier können Treppen nach oben und unten. Hier können Treppen nach oben und unten. Da auch, da auch. Und so gehen wir jetzt den ganzen ersten Turm entlang. Bis hier. So. Jetzt kommt das nächste Problem. Wie designen wir die Schlafplätze? Hier mache ich jetzt erstmal noch so einen kleinen Gang drumherum. Einfach nur, damit es ein bisschen schicker aussieht. Auf diese Etage kommen noch keine Betten. Und dann fangen wir hier an. Wir gehen einfach mal so nach unten. Und bauen jetzt hier diese 3x3 Felder. Ich hätte gerne pro Etage mindestens 20 Schlafplätze. Das heißt, wir bräuchten auf jeder Seite hier 5. Das haut schon mal nicht hin, oder? Doch, aber es ist ziemlich knapp. Also es ist ganz schön nah dran am anderen Turm. Ja, dann können wir hier halt die 5 machen. Auf der anderen Seite auch 5. Und oben rechts und links auch nochmal jeweils 5. Das heißt, wir haben pro Etage 20 Schlafplätze. Und wir haben dann... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Etagen. Eventuell müssen wir es dann noch weiter nach rechts und links ausbauen. Und wir werden wahrscheinlich eh noch einen extra Bereich brauchen. Denn die Nobelleute brauchen etwas größeres Schlafgemächer. Und die brauchen auch mehr Zimmer und mehr von allem. Die brauchen ja sogar eigene Krypten später. Also das könnte noch kompliziert werden. Na gut. Mache ich noch hier ein bisschen weiter. Zip, zip. Aber ich denke mal, den Rest von diesem Designieren, wie die Schlafgemächer aussehen sollen, mache ich dann gleich in der Pause auf Camera. Denn mir hat das gezeigt, dieses Designieren von den Namen, dass man manche Sachen doch echt auf Camera machen sollte. Weil sonst verbringe ich einfach zu viel Zeit damit. recht monotone Sachen zu machen, wo ich auch immer wieder dasselbe sage. Und das finde ich dann doch ein wenig langweilig. Das Spiel hat so genug Möglichkeiten später. Da muss man nicht die ultra langweiligen Sachen so in die Länge ziehen. So, das war jetzt zu lang. Außerdem mache ich dabei den Fehler, wenn ich nebenbei rede. So, das war so lang. Eins, knapp zwei. Eins, knapp zwei. Aber ja, dann machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut. In der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Und dann werde ich schon die sieben Etagen hier designiert haben, damit ihr euch das mal angucken könnt. Und danach geht es dann weiter mit dem eigentlichen Abbauen. Also bis gleich.